Zwischen Sharon Berlinghoff und Timothy Bould ist es aus und vorbei. Vor mehr als zwei Jahren funkt es zwischen den Unter-unst-Stars am Set der beliebten TV-Show. Einige Monate halten die Serienkollegen ihre Beziehung geheim, bis sie im Mai 2022 mit einem Pärchenbild ihre Liebe offiziell machen. Nach zwei gemeinsamen Jahren trennen sich nun ihre Wege. Im Netz veröffentlichen Sharon und Timothy ein Statement. Wir möchten euch mitteilen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Zwischen den Co-Stars herrscht aber kein böses Blut. Das heißt nicht, dass wir einander nicht mehr schätzen. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Auf ihre gemeinsame Zeit als Liebespaar schauen sie glücklich zurück und bedanken sich bei ihren Fans für all den Support. Ihr Liebesaus bedeutet trotzdem nicht, dass sie sich ab jetzt nicht mehr sehen. Als Vivian Lassner und Ringo Huber stehen sie bei Unter-uns immer noch zusammen vor der Kamera. So wie ihre Seriencharaktere sind auch Sharon und Timothy bestimmt bald einfach gute Freunde.